Was ist das Werkstattverfahren? Also das Werkstattverfahren hat aus meiner Sicht alle Erwartungen erfüllt, die wir an dieses Verfahren gesetzt haben. Einmal inhaltlich hat es sich als sehr produktiv für die Diskussion erwiesen, dass wir vier konkurrierende Entwürfe hatten, die sich die ganze Zeit über gegenseitig befruchtet haben und die uns als Gremium aufgezeigt haben und auch den Menschen, die das Verfahren so beobachtet haben, was möglich ist in der Gestaltung der neuen Mitte Tempelhof. Es geht eben nicht nur darum, wie kriege ich möglichst viele Wohnungen dorthin, sondern es stand wirklich im Vordergrund, wie schaffen wir dort ein Stadtquartier mit all dem, was dazugehört, sozialer Infrastruktur und auch einer neu entstehenden, wirklichen neuen Mitte Tempelhof. Das haben alle Entwürfe sehr, sehr gut geleistet, insbesondere im Vergleich miteinander. Und das Werkstattverfahren hat auch dazu geführt, dass wir mit den Menschen vor Ort und auch anderen Aktiven aus der Stadtgesellschaft in einer guten Diskussion waren und auch das Thema partizipative Stadtentwicklung hier sehr gut umsetzen konnten. Wir hatten das Partizipationskonzept ehrlich gesagt nicht in einer Schublade liegen. Wir haben es wirklich mit dem Verfahren organisch entwickelt und sind dann letztlich eben auch zur Beteiligung von, ich sag mal, den Bürgerbeteiligten, hier den Sprecherinnen und Sprechern der Nachbarschaft vor Ort gekommen. Das hat sich, finde ich, als sehr, sehr hilfreich und auch konstruktiv erwiesen, sodass auch in dieser Hinsicht, wie man gemeinsam Stadtentwicklung macht, sich das Werkstattverfahren als ein sehr erfolgreiches Verfahren erwiesen hat. Die größten Pluspunkte des Entwurfs von Teleinternet Café sind, dass dieses Team mit einer ganz großen Aufmerksamkeit für die örtlichen Gegebenheiten und die Maßstäblichkeiten vor Ort sein Konzept entwickelt und immer weiterentwickelt hat. Der Entwurf sah am Anfang doch recht anders aus, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, gerade was das Thema Urbanität anbelangt und wie sich der Bildungsbaustein am Tempelhofer Damm darstellt und was dort für Situationen geschaffen werden, um eben eine neue Mitte Tempelhof zu schaffen. Dort hat sich der Entwurf weiterentwickelt und hat ein offensichtlich für uns einstimmig, nicht nur mehrheitlich, sondern sogar einstimmig nachvollziehbares Konzept vorgelegt, was auch nicht den dort vorhandenen Raum komplett mit neuen Ideen überformt, sondern auch zulässt, dass es dort weiterhin, ich sag mal, auch Ruhe und eine Art grüne Mitte mit der Kleingartenanlage gibt, die nicht von allen möglichen öffentlichen Nutzungen überformt oder überrannt wird, sondern die so ein bisschen, wie es gesagt wurde, in die zweite Reihe gerückt ist. Ich finde, das tut dem Gesamtkonzept sehr gut. Bezüglich des Wohnungsbaus hoffe ich auch, denke ich auch, dass wir dort leistbaren Wohnraum, der für viele Menschen attraktiv sein wird, realisieren können. Und ja, das hat das Team irgendwie, hat sehr sensibel, glaube ich, auch auf die Wahrnehmung vor Ort reagiert. Und ich finde es auch erfreulich, dass wir da in einer Übereinstimmung sind mit den Stimmen, die wir aus der Bevölkerung vor Ort wahrgenommen haben, was so deren Favoriten sind, dass wir da jetzt wirklich zu einer Art gemeinsamen Ergebnis gekommen sind, was, glaube ich, eine sehr gute Grundlage bietet für die weitere Entwicklung des Quartiers. Als sehr konstruktiv und offen. Ich bin selbst keine Stadtplanerin und habe die Inputs der Sachverständigen als sehr hilfreich, respektvoll, wirklich aus der Sache kommt empfunden, wie auch von allen anderen Jury-Teilnehmenden. Es ist durch die unterschiedlichen Perspektiven, die wir dort eingebracht haben, die gesamtstädtische Perspektive der Senatsverwaltung, die Bezirksperspektive, die Perspektive der Menschen vor Ort, finde ich, ein ganzheitliches Bild entstanden. Wir haben uns da alle zu Wort kommen lassen und sind gemeinsam zu einem Ergebnis gekommen. Das bedeutet, dass dieses Thema partizipative Stadtentwicklung ein wichtiges Thema ist, was mit Werkstattverfahren auch funktioniert. Also wir können gemeinsam in der Stadt Konzepte entwickeln, wie hier neue Stadtquartiere entstehen sollen. Das ist jetzt nicht immer nur ein Gerangel mit ganz unterschiedlichen Positionen, sondern das kann auch ein gutes Miteinander sein und man profitiert auch von der Einbeziehung anderer Stimmen. Das sind die nächste Überträglich. Untertitelung des ZDF, 2020